Hallo Freunde, ich bin Ingo Gutmann und wir machen ein paar Übungen trocken. Auf Wunsch von Heike. Ein paar trockene Übungen, also ohne Trommeln, ohne Instrumente, nur den Körper. Und zwar die Übung ist die, dass du lernst, dass du ein bisschen übst, dein Körper läuft. Am besten machst du das gleich mal mit. Stell dich mal so wie ich hin und dann lauf mal los. Genau wie ich. Das kannst du hoffentlich gut hören. Eins, zwei, drei, vier, one, two, three, four, da, 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 da. So, und jetzt machen wir so aufbauende Übungen dabei. Das läuft die ganze Zeit weiter, läuft und läuft. Jetzt geht's los. Und zwar auf den Schenkeln. Machen wir das, erstmal so, die Schläge erstmal mit. Jetzt mit den Händen doppelt so viele Schläge. Das ist die Achtel. so, die Schläge Iris rum. Dann geht's los. Dlehem man wird damit. das ist Teach, was mir sowas ist. Stechen Kinder in 없어요. Said jetzt dasCheck. Und zwar genau hinunter fouls. Tekst da zwei, drei, 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 vieriel. Die Schläge ist fertig. Und dann wieder nur die Viertel und Achtel. Die Hände bekommen eine Pause und jetzt machen wir es mit Klatschen. Wir klatschen den Stampfer mit und jetzt die Achtel. Und wieder die Alperre. Und wir kommen zum Ende mit allem. Und dann bin ich gespannt, ob du das hinbekommst. Gib mal einen Kommentar. Okay, bis später. Es folgen weitere Übungen. Hau rein.